Zu dieser warmen Bluesstubbete. Sozusagen ein Advents-Blues. Wir haben gestern schon trainiert, in Kälte zu spielen. Wir waren vier Stunden auf der Gasse zu baskeln. Wir haben so lange gespielt, bis es nicht mehr ist gegangen. Ich habe natürlich am längsten durchgehalten. Hier die zu leeren T-Shirts, die ich einfach nicht mehr mag. Also wenn wir spielen, dann könnt ihr ihn ein bisschen bewegen und dann geht's sofort warm. Sofort. Ist alles erlaubt. Auf die Bänke hoch. Und am Anfang herum. Wir spielen ein bisschen schneller. Ja. Are you ready boys? Jetzt hast du noch eine Versicherung angeschlossen. Das ist wirklich gut. Also für Zelt oder? Brandversicherung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Die Sch taste. Ja, genau. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018